Wie viel verdienst du mit Social Media? Ist es komisch für deinen Freund, dass der Hof finanziell dir gehört? Ich weiß, und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch da ganz schön hab hängen lassen. Die nächste Frage ist richtig peinlich. Ihr habt mir mal wieder richtig spannende Fragen zugeschickt, also starten wir gleich rein in das Q&A mit der ersten Frage. Fühlst du dich manchmal von der Gartenarbeit überfordert oder hast einfach keine Lust mehr aufs Gärtnern? Aus reinem Herzen würde ich jetzt sagen, niemals. Aber der einzige Grund dafür ist, dass ich dieses Jahr keinen Gemüsegarten habe. Weil wir umgezogen sind mitten im Sommer. Das heißt, ich hab einfach eine enorme Gartensehnsucht in mir und romantisiere das Ganze komplett, weil ich so vermisse zu Gärtnern. Ich freu mich so auf den Frühling, wenn mein Garten hier endlich fertig ist. Aber ich weiß, dass realistisch gesehen ich in den letzten Jahren immer wieder Punkte hatte, gerade so Richtung Spätsommer. Vor allem, wenn ich viel unterwegs war und ganz viel reif wird, dass mich das wahnsinnig stresst, dass ich nicht hinterherkomme, dass Sachen schlecht werden im Beet. Ich weiß, dass ich das eigentlich jedes Jahr hatte, in dem ich gegärtnert habe. Diese Momente, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht hinterher. Bei mir ist das oft kombiniert mit Urlaub und so weiter im Sommer. Also ja, ich kenne das auf jeden Fall. Und trotzdem ist es für mich gerade komplett unvorstellbar, weil ich so viel Gartensehnsucht in mir habe, dass ich Gärtnern einfach nur toll finde. Was war die schwierigste Entscheidung in deinem Leben? Ich habe da lang drüber nachgedacht, über die Frage. Übrigens, die Fragen sind alle von Instagram. Und ich finde, ihr habt mal wieder richtig gute Fragen gestellt diesmal. Ich würde sagen, die schwierigste Entscheidung in meinem Leben war, mich von dem Papa von meinem Sohn zu trennen. Nicht, weil ich irgendwelche Zweifel an der Entscheidung selbst hatte, sondern weil es so schwierig ist. Das war die richtige Entscheidung und das wusste ich auch. Aber es ist super schwer, das dann zu machen und zu wissen, man macht da irgendwie zu einem Teil seine Familie kaputt. Ich hatte auch super doll Angst davor, alleine zu sein. Ich wusste nicht, was ist das Richtige für mein Kind zu tun. Das ist mir jetzt super schwer gefallen. Ich habe da auch ganz lang drüber nachgedacht. Und letztendlich ist alles gut, so wie es gewesen ist. Aber es ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Wie bearbeite ich am besten den Boden von einem neu angelegten Beet, in Klammern vorher Rasen? Ich gärtnere ohne Umgraben. Das heißt, ich bearbeite den Boden überhaupt nicht. Ich lege das Beet einfach direkt auf dem Rasen an. Ich habe dazu auch einen Minikurs gefilmt, der heißt das Gemüsegarten Bootcamp. Da starten wir vom Planen und Beete anlegen. Und dann gebe ich euch Tipps zum Gärtnern mit an die Hand. Das kostet euch 0 Euro. Das ist was, was ich für meinen Newsletter jedes Jahr neu filme. Und das könnt ihr euch gerne anschauen. Der Link ist hier oben und im obersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr die komplette Anleitung und da kann man ein Beet innerhalb von einem Tag anlegen und sofort losgärtnern. Und zwar ohne Umgraben, weil das nämlich für den Boden viel besser ist und weil das ganz viele Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel wächst da kaum noch Unkraut und man muss viel weniger gießen. Und das sind ja zwei super nervige Aufgaben im Gemüsegarten. Also ja, kann ich absolut nur empfehlen, die Beete komplett ohne Umgraben anzulegen. Habt ihr eure Hündin aus dem Tierschutz? Elli, komm mal her. Das ist Elli. Guck mal da in die Kamera. Ja, darf es wieder gehen. Die denkt sich auch was. Will die Alte. Elli ist ein Jagdhund, weil mein Freund Förster ist. Also die ist ein Gebrauchshund und deswegen haben wir die von einem Züchter, der Jagdhunde züchtet. Und die Rasse gibt der auch nur an Jäger ab. Also das ist sozusagen ein kleines Arbeitstier. Und deswegen haben wir die nicht aus dem Tierschutz. Aber ich bin absolut dafür, dass wenn man sich einen normalen Hund holt, dass man den im Tierschutz holt. Weil es gibt so viele Hunde, die da auf ein neues Zuhause warten. Nur bei Gebrauchshunden ist das halt nicht so einfach wie mit normalen Hunden. Die nächste Frage ist richtig peinlich. Was wurde eigentlich aus der 100-Tage-Selbstversorger-Challenge? Und ich weiß, und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch da ganz schön habe hängen lassen. Weil ich diese Challenge gemacht habe. Und ich habe auch immer Kurzvideos gemacht, um das zu begleiten. Aber nie ein langes YouTube-Video. Ich glaube, die, die das Ganze nur auf TikTok und so weiter verfolgt haben, wissen, wie es ausgegangen ist. Aber ich habe das nie auf YouTube mal in so einem langen Video zusammengefasst. Und das liegt daran, dass wir ein großes Problem hatten. Also erst mal hatte ich 100 bis 200 Stunden ungefähr Rohmaterial. Weil ich ja jeden Tag sehr viel gefilmt habe, während ich die Challenge gemacht habe. Also vom Pilze sammeln, von den Herausforderungen, von den schwierigen Momenten und den wunderschönen Momenten und dem ganzen Essen. Das war super viel Material. Dann habe ich mich drangesetzt und das geschnitten. Weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann das nicht abgeben, das Schneiden. Weil das so intime Momente waren. Beim Filmen denke ich mir ja schon ganz viel über den Schnitt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann das nicht an jemand anders so transportieren, dass ich am Ende ein Video habe, was so ist, wie ich es will. Auch wenn ich andere Videos wie dieses hier zum Beispiel nicht selber schneide. Aber es war einfach irgendwie zu persönlich. Das Ding ist nur, ich habe echt nicht viel Zeit. Und erst mal so 100 bis 200 Stunden Rohmaterial zu sichten, zu schneiden, das ist extrem viel Arbeit. Dann hatte ich die erste Rohfassung. Die war 45 Minuten lang. Und dann ist die gecrashed. Zwischendurch war ich dann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, das ganze Projekt in die Tonne. Es wird dieses Video nicht geben, weil ich setze mich nicht nochmal dran. Es geht nicht. Und dann habe ich mich irgendwann, ich glaube, es war im Frühsommer, doch nochmal dran gesetzt und wochenlang dran geschnitten. Jetzt habe ich wieder eine Rohversion von, ich glaube, 35 Minuten. Aber die ist immer noch nicht so, dass man die irgendwem zeigen könnte. Es wird auf jeden Fall kommen, das Video. Es wird kommen. Ich verspreche es euch. Und wenn es in zwei Jahren ist. Aber ich will euch zeigen, wie das war, weil das waren 100 sehr krasse Tage. Und das war eine Erfahrung, die werde ich nicht vergessen. Wie hältst du deine Beete schädlingsfrei? Erstmal würde ich sagen, dass ein schädlingsfreier Garten ein ziemlich komischer Garten wäre. Also das wäre ziemlich unnatürlich, wenn da gar keine Schädlinge vorkommen würden. Aber ich glaube, so ist die Frage auch gar nicht gemeint. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Schädlinge, aber ich gehe jetzt mal so auf die häufigsten ein. Ein ziemlich fieser Schädling ist der Kohlweißling. Das ist dieser weiße Schmetterling, den kennt ihr bestimmt. Der flattert rum und legt seine Eier vor ihm auf Kohlgewächse. Und da schlüpfen dann Raupen raus und die fressen alles ab. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in meinem Garten ohne einen Schutz gegen diese Raupen keinen Kohl anbauen kann. Da bleibt einfach nichts übrig. Und deswegen decke ich die Kohlbeete immer mit einem Kulturschutznetz ab. Es ist ein ganz engmaschiges Netz, das Regen und Luft durchlässt, aber eben die Schmetterlinge nicht an die Pflanzen. Was ja auch richtig fies ist, sind Schnecken. Die können ja auch alles abfressen innerhalb kürzester Zeit. Und da habe ich eine gute Erfahrung gemacht, wenn man zwei Methoden kombiniert. Einmal abends mit der Taschenlampe rumlaufen und die absammeln. Und dann die Pflanzen, die wirklich gefährdet sind, mit einem Schneckenring schützen. Also es sind so Schneckenkragen, die gibt es aus Plastik und aus Metall, aber es gibt auch so richtig wabbelige. Aus Plastik nehmt wirklich welche, die mehrere Saisons halten, weil sonst finde ich das immer so eine Müllverschwendung. Und die stöpft man einfach so über die Pflanze drüber und drückt die in die Erde. Und das ist dann wie so ein Zaun, dass die Schnecken da nicht drüber kommen. Man muss nur aufpassen, dass nicht noch ein Grashalm oder ein Blatt sozusagen eine Brücke bildet, über die die Schnecke dann trotzdem über den Ring kommen kann, weil sonst hilft das natürlich nicht. So habe ich eigentlich gar keine Schneckenprobleme. Also einmal absammeln und wegbringen die Schnecken. Ich mache die nicht tot, ich finde das zu fies. Ich bringe die einfach nur ganz weit weg. Dann die einzelnen Pflanzen schützen, vor allem die Jungpflänzchen von Kohl und Salat. Alles, was die Schnecken halt gerne mögen, sobald die Pflanzen groß sind. Oder so im Teenager-Alter kann man die Schneckenkragen dann auch abnehmen. Und dann gibt es noch stechsaugende Insekten, wie zum Beispiel Blattläuse. Und da habe ich super Erfahrungen mit Nehmöl gemacht. Ich sage mal Nehmöl oder Nehmöl. Ich sage immer so eine Mischung, sodass man es nicht so genau weiß. Aber das hilft gegen alle möglichen stechsaugenden Insekten. Es ist gut, immer ein bisschen was davon da zu haben, egal wie man es jetzt ausspricht. Wie geht es mit dem neuen Hof voran? Die Frage kam auch ganz oft. Auch die Frage, die nächste passt auch dazu. Wann kommen endlich neue Videos zum Hof? Die Sache, warum auch gerade nicht so viele Updates zum Hof kommen, ist, dass ich einfach bisher kaum da war. Also wir wohnen jetzt drei Monate hier, aber davon war ich ungefähr die Hälfte der Zeit unterwegs, weil ich auf den Videodays war, auf dem YouTube-Festival, auf dem Battle of the Socials. Ich war in der Schweiz und in Deutschland haben wir verschiedene Kursteilnehmer von mir besucht und deren Gärten angeschaut. Das war richtig toll. Ich war in England. Wir hatten noch einen Urlaub zwei Wochen. Einfach alles hat sich so gebündelt in diese Anfangszeit vom Hof. Das habe ich irgendwie bereut, dass ich meinen Terminkalender da so voll geballert habe, weil das ja eigentlich die Zeit ist, auf die ich mich so lange gefreut habe. Also eigentlich, seitdem ich ein Kind bin. Deswegen ist es immer noch so, dass wir nicht alle Umzugskartons ausgepackt haben. Ja, wir haben die Wände gestrichen. Ja, wir haben den Fußboden fertig. Aber sonst ist einfach nichts passiert. Aber der Herbst und Winter sind ruhiger. Da werde ich nicht so viel unterwegs sein. Und dann bekommt ihr auch bald wieder Vlogs und so weiter. Und es wird viel mehr passieren. Dazu fällt mir noch ein, dass ich immer wieder auch Kurzvideos mache. Also meistens schon jede Woche, manchmal auch mehrmals pro Woche, wo ich euch so kleine Updates gebe. Die lade ich immer hier auf YouTube in den Shorts hoch. Also da könnt ihr immer mal reinschauen, um so ein kleines Update zu bekommen, was gerade los ist. Und ganz bald kommen wieder große. Wie und wo hast du deinen Freund kennengelernt, ist die nächste Frage. Da muss ich euch erstmal ein bisschen enttäuschen, weil ich das nicht erzählen werde. Aber ich kann so ein bisschen darüber erzählen, wie ich das mit Beziehung und Beziehung teilen so sehe. Ich habe einen starken Beschützerinstinkt für meine Beziehung. Nicht unbedingt für meinen Freund, der kann auf sich selber aufpassen. Aber ich mag irgendwie das, was zwischen uns ist, vor dem Internet beschützen. Ich merke das auch jetzt gerade mit diesem Gossip-Skandal da. Ich musste Storys, wo mein Freund man nur seine Arme gesehen hat, löschen, weil die Leute angefangen haben, ihn zu beleidigen. Ich weiß nicht, was da so der beste Umgang mit ist. Weil wir merken auch jetzt, wo wir auf dem Hof auch zusammen an Projekten arbeiten, ist es mit einem Film super nervig, dass ich ihn nicht zeige. Oder ich zeige ihn, wenn schon von hinten oder, keine Ahnung, so, dass man sein Gesicht nicht sieht. Ich glaube, er hätte auch nicht so ein Problem damit zu sehen zu sein oder, ja, dass man weiß, wer er ist. Aber ich habe das irgendwie, ja, deswegen halte ich ihn irgendwie so ein bisschen raus. Aber wir sind da auch nicht am Punkt angekommen, wo wir sagen, das ist so unsere Lösung. Sondern wir werden vielleicht auch irgendwann eine andere Entscheidung treffen, auch weil es einfach nicht so praktikabel ist. I don't know. Im Moment halte ich ihn daraus. Was mache ich mit meinen Kompostbeeten im zweiten Jahr? Kompostbeete sind die Beete, die man ohne Umgraben anlegt. Ich habe ja eben erzählt vom Gemüsegarten Bootcamp. Im zweiten Jahr muss man eigentlich gar nicht viel machen. Man sollte so alle zwei bis drei Jahre nochmal eine dünne Kompostschicht ausbringen, also nur so zwei bis drei Zentimeter. Weil sich durch die Regenwürmer und wenn man so ein bisschen hakt in der Erde, ja, der Mutterboden und der Kompost vermischen und sonst wieder Unkrautsamen nach oben kommen können. Deswegen frischt eure Beete immer mal zwischendurch so ein bisschen auf. Man sieht das auch dem Boden an, wenn der sich so sehr verändert. Dann ist es wieder Zeit für eine dünne Kompostschicht und ansonsten müsst ihr da überhaupt nichts mehr machen. Immer schön mulchen, das ist wichtig und immer alle paar Jahre mal ein bisschen Kompost rausbringen. Die nächste Frage kam auch sehr, sehr oft und irgendwie freut mich das, weil ich die Idee total schön finde. Nämlich, was halten Sie, ihr müsst mich nicht siezen, was halten Sie von einem Wurzelwerk Adventskalender? Das ist was, wo ich schon seit Jahren drüber nachdenke, weil ich Adventskalender liebe. Ich liebe auch die Weihnachtszeit. Ich liebe es, mich darauf zu freuen. Ich würde super gerne einen Adventskalender rausbringen, aber ich habe noch ein bisschen Respekt davor, wie viel Arbeit das ist. Und ich habe auch so viele Fragen. Also es gibt ja sehr viele einfach reine Saatgut-Adventskalender, aber irgendwie weiß ich nicht, wie es euch geht. Vielleicht reicht euch das ja auch. Dann wäre es easy, dann könnte ich auf jeden Fall einen rausbringen. Natürlich nicht mehr dieses Jahr, sondern nächstes. Aber ich fände es schön, wenn auch noch irgendwie ein paar andere Sachen, die so im Selbstversorger-Kosmos rumschweben, mit dabei wären. Vielleicht ein paar Pflanzschildchen, vielleicht mal eine Palbrause zu Weihnachten oder so. Ja, auch mal ein richtig leckerer weihnachtlicher Tee. Was haltet ihr davon? Immer mal was Süßes, aber nicht zu viel. Ihr müsst mal sagen, was ihr euch wünschen würdet. Ich stelle mir das auch als Community so schön vor, wenn ich zum Beispiel jeden Tag, vielleicht erst abends, damit ihr euch nicht spoilern lasst, in meiner Instagram-Story den Kalender auspacke und wir uns dann alle irgendwie so als Gemeinschaft fühlen können. Wie das alles so zusammen erleben. Ja, ich finde die Idee total schön. Aber ich brauche ja einen Input. Das ist auch eine richtig schöne Frage und ich weiß, dass ihr euch das total doll wünscht. Wird es das Saatgut, das Wurzelwerk Saatgut bald einzeln zu kaufen geben? Wir haben ja bisher die Saatgutbox, die kommt dreimal im Jahr mit Samen, die man dann aussäen kann. Als kleine Erinnerungsfunktion und es ist so schön, euch beim Auspacken zuzugucken. Und das macht mir so Spaß, die zusammenzustellen und dann die kleine Karte zu schreiben, damit ihr wisst, was ich mir dabei gedacht habe. Und ein kleines Geschenk auszusuchen, was ihr dann bekommt. Und ja, das ist schon ein super Projekt, aber ich weiß, ihr wünscht euch Einzelsaatgut, damit ihr viel besser planen könnt. Damit ihr genau die Sorten einkaufen könnt, die ihr wollt. Und wir haben es gehört. Wir arbeiten schon sehr lange daran, ein Sortiment zusammenzustellen. Und es kommt Ende November raus. Und ich freue mich so, euch das zu erzählen. Das Saatgutprojekt ist wirklich somit eines der schönsten Projekte, die ich bisher gemacht habe. Das ist so unglaublich, diese Tüten in der Hand zu halten mit diesen wunderschönen Illustrationen. Also, Ende November geht's los. Dann haben wir ein Sortiment, wo ihr euch die Tütchen einzeln rauspicken wollt, wenn ihr außerhalb der Box einzelne Sorten bestellen wollt. Das wird so cool. Ich frage mich, ob wir irgendwann so einen Katalog haben werden, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als im Januar auf dem Sofa zu sitzen, mit einem dampfenden Tee und Saatgutkataloge durchzublättern und eine richtig große Bestellung zusammenzustellen mit viel mehr Sorten, als überhaupt in den Garten passen. Aber einfach, weil man so viel ausprobieren will. Das ist immer so eine schöne Inspiration. Ich weiß nicht, geht's nur mir so? Wollt ihr einen Katalog? Oder, also jetzt im Frühling schaffen wir es nicht, aber wieder dann ein Jahr später? Hättet ihr da Lust drauf? Oder ist das old school und ich bin irgendwie so eine kleine Omi? Fühlst du dich manchmal überfordert mit der ganzen Arbeit, die auf dem Hof auf euch wartet? Ehrlich gesagt ärgert mich das mittlerweile so ein bisschen, dass gefühlt jeder sagt, oh, das ist ja bestimmt so viel Arbeit auf dem Hof. Und klar, das ist nicht keine Arbeit, aber das ist ein Hof, der sehr gut in Stand ist. Und es gibt jetzt kein Projekt, wo ich sagen würde, das müssen wir jetzt wirklich dieses Jahr unbedingt noch machen. Das heißt, wir ziehen hier ein, es ist alles komplett bezugsfertig. Klar, das Bad ist nicht schön, aber es ist jetzt nicht so, dass uns das so stört. Ich glaube, vielleicht sind da manche Leute auch anders, aber es gibt keine Stelle, an der es irgendwie so doll brennt, dass man jetzt unbedingt was machen muss. Also der Hof ist für uns bisher kein Stressfaktor gewesen. Was macht dein Plan, wieder Ziegen zu halten? Wann geht's los? Wir haben in diesem Garten so viele Obstbäume. Also wirklich, der komplette Rasen ist überall voll mit Obstbäumen. Es gibt eigentlich keinen Flecken, außer da, wo das Gewächshaus hinkommt, wo noch Platz wäre für Weidefläche. Und Ziegen haben ja die Angewohnheit, dass die eigentlich Sträucher und Bäume viel lieber fressen als Gras. Deswegen können wir hier im Garten leider keine Ziegen halten, weil die Obstbäume auch alles Halbstämme sind. Das heißt, selbst wenn ich den Stamm schütze, werden die auf die Hinterbeine gehen und alle Obstbäume bis auf eine Höhe von zwei Metern abfressen. Also ich hatte sehr lange Ziegen, seit ich zwölf war. Und seit einem Jahr habe ich keine mehr. Das wird sich auch erstmal nicht ändern, weil es hier nicht möglich ist. Es gibt ja auch so Mini-Kühe, ne. Ich weiß, der Garten ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein, aber diese Mini-Highland-Kettel sind so fassbar süß. Große Versuchung. Die geben auch nicht so viel Milch, aber wir brauchen auch nicht so viel Milch. Es muss nur für einen Kaffee reichen. Ich muss nicht unbedingt Käse machen, wenn die süß sind. Das ist schon okay. Ich habe wirklich schon Züchter rausgesucht, weil ich so begeistert von denen bin. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Was sagt ihr? Was sind die anfängerfreundlichsten Gemüsepflanzen? Ich würde einfach mal so raushauen. Zucchini, Knoblauch, Mangold. Die wachsen ohne Probleme. Also da kann man wirklich nichts falsch machen oder nur sehr wenig Sachen. Radieschen sind auch schön, weil die super schnell wachsen. Weil Gärtnern ist ja so, man wartet lange darauf, dass man irgendwann belohnt wird. Gerade wenn man anfängt, ist es glaube ich sehr motivierend, wenn man dann schon mal die erste Sache erntet. Und ich sage es euch, das ist so ein Glücksgefühl, wenn man die erste eigene Ernte in den Händen hält und weiß, ich habe das aus Samen und Erde gezogen. Deswegen würde ich euch die ans Herz legen, aber es gibt noch so viel mehr Gemüse. Die meisten kriegt man auch im ersten Jahr ohne viel Erfahrung hin. Und es muss nicht alles immer perfekt laufen. Ist es komisch für deinen Freund, dass der Hof finanziell dir gehört? Ich glaube ja, dass es schon komisch für ihn ist. Also wir können da zum Glück sehr offen drüber reden. Ich habe den Hof gefunden, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe. Und wir sind zusammengekommen, bevor ich ihn gekauft habe. Also in dem Zeitraum dazwischen haben wir uns kennengelernt und sind zusammengekommen. Ich glaube, es ist auf verschiedenen Ebenen komisch, weil ich habe damit quasi schon gesetzt, wo ich wohne. Also wir waren auch in einer Fernbeziehung. Und es war dann für ihn irgendwie klar, auch wenn ich das natürlich nicht erwartet habe. Aber wenn wir zusammen wohnen wollen, dass es nur hier sein kann. Viele Leute wollen das ja, dass sie ein Haus haben, irgendwie so auch als Sicherheit fürs Alter und so weiter. Das dann abbezahlen und dann ja, einfach ein Haus haben. Also ja, es ist jetzt nicht super schlimm für ihn und der wohnt hier gerne und fühlt sich hoffentlich auch genauso zu Hause wie ich. Also ich will ihm nicht das Gefühl geben, dass er hier zu Gast ist, sondern das ist genauso sein Haus wie meins. Nur, dass es mir auf dem Papier gehört. Du würdest auf einer einsamen Insel stranden und könntest nur fünf Gemüsesorten mitnehmen. Welche wären es? Da kann man ja zwei Ansätze irgendwie erstmal so denken, ne? Geht es um Survival, dann wüsste ich, glaube ich, dass ich auf jeden Fall Kartoffel und Topinambur mitnehmen würde. Mais, einen Ölkürbis und Bohnen. Aber wenn es so um Genuss geht, dann Tomaten auf jeden Fall. Mein Lieblingsgemüse sind so erbsenfrisch vom Strauch. So lecker. Und Spinat, ich muss ja Spinatlasagne machen. Ich würde noch Pastinake mitnehmen. Und als fünftes würde ich Weißkohl mitnehmen, damit ich Sauerkraut machen kann. Sauerkraut ist auch sehr, sehr lecker. Würdest du ein Rezeptbuch zum Einkochen und Fermentieren rausbringen? Oder auch die Frage, ob ich nochmal ein Buch schreiben will. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit meinem Verlag, wo ich das Buch geschrieben habe. Und musst du dir sagen, nee, das mache ich nicht normal, weil ich liebe mein Buch wirklich. Also ich bin stolz darauf. Ich finde, es ist ein sehr gutes Buch. Ich liebe das Cover. Es hat mich sehr viel, also es war schon sehr, sehr viel Aufwand, das zu schreiben. Und ich schreibe super gerne. Aber mein Traum ist es, Romane zu schreiben. Und wenn ich irgendwann mal so viel Zeit habe, dass das wieder drin ist, dann möchte ich das machen. Und nicht jetzt noch ein Sachbuch schreiben, wo ich sozusagen die gleiche Zeit aufwende, aber nicht meinen Traum verfolge. Und außerdem habe ich schon quasi ein Buch über das Einkochen und Fermentieren geschrieben, weil ich ja einen Online-Kurs habe, der heißt Obst und Gemüse haltbar machen. Da haben wir ganz viele Rezepte drin. Auch richtig viele super leckere Familienrezepte. Und genau, also es gibt das quasi schon. Aber das nochmal als Buch rauszubringen, ist für die Leute doof, die den Kurs schon haben. Und habe ich auch nicht vor. Nee. Wenn ein Buch, dann ein Roman. Bei der nächsten Frage habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich die mit reinnehmen soll. Wie viel verdienst du mit Social Media? Da muss ich erstmal so ein bisschen ausholen, weil wenn ich im echten Leben Leute kennenlerne und die irgendwann hören, so, das ist mein Job, YouTube-Videos zu machen, dann fragen die immer so, hä, wie kann man denn davon leben? Wie funktioniert das? Einerseits bekommt man halt über YouTube Werbeeinnahmen. Ich bekomme jeden Monat, je nachdem wie viele Aufrufe ich hatte, einen Betrag überwiesen. Ich kann euch gerne sagen, wie viel das ist. Das schwankt halt sehr stark. Allein schon, weil meine Themen sehr saisonal sind. Das heißt, im März habe ich viel mehr Aufrufe als im September. Also die Shorts, die gehen durch die Decke. Manchmal habe ich, keine Ahnung, 10 Millionen Shorts-Aufrufe im Monat. Das ist nicht saisonal bedingt, weil ich da eher so Vlogs mache. Aber dafür kriegt man auch nicht wirklich Geld. Aber für die langen Videos, da schwankt es halt sehr, weil ihr halt im Frühling die Gartenvideos guckt und nicht im Winter. Das sind, sagen wir so zwischen 3.000 und 10.000 Euro im Monat, die ich davon bekomme. Man muss sagen, ich habe ein Team von 14 Leuten. Die kann ich damit natürlich nicht annähernd bezahlen. Also auch Kamera-Equipment ist teuer. Allein das, was ich nur von Social Media bekomme, von Instagram bekomme ich zum Beispiel nichts. Keine Werbeeinnahmen. Von TikTok habe ich mich noch nicht angemeldet. Dafür sollte ich mal machen. Also YouTube ist die einzige Plattform, die mir sozusagen direkt Werbeeinnahmen ausschüttet. Aber davon könnte ich Wurzelwerkslu, wie wir das gerade haben, nicht stemmen. Weil da halt noch so viel mehr dazu gehört. Der Rest trägt sich halt selber. Also ich habe zwei Online-Kurse. Gemüse Garten starten ist der zum Gärtnern. Obst und Gemüse haltbar machen ist der zum haltbar machen der Ernte. Und damit verdienen wir Geld, sodass wir das Team bezahlen können und euch unterstützen können in den Kursgruppen. Und neue Inhalte für euch erstellen können. Und wir arbeiten gerade an noch einem dritten Kurs, der heißt Balkon Garten starten. Dafür habe ich auch neue Leute eingestellt. Das heißt, ich stecke da gerade sehr viel Geld rein, ohne dass ich jetzt sofort was davon habe. Aber es dauert jetzt anderthalb Jahre von dem Beginn des Projekts, bis wir den Kurs dann fertig haben und verkaufen können. Das ist halt ein großes Standbein, was ich habe, die Online-Kurse. Das ist auch was, wo ich absolut für brenne, was mir mega Spaß macht, weil es so schön ist, diese Transformation zu sehen. Vom Rasen zum üppigen Gemüsegarten. Hoffentlich jetzt bald vom leeren, hässlichen Balkon zu einem richtigen Stadtdschungel. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und wir haben eben jetzt auch unser Saatgut rausgebracht. Ein riesiger Meilenstein für mich persönlich. Das ist gerade noch so mit dem ganzen Online-Shop. Also wir verkaufen auch Werkzeuge und die Schneckenkragen, die Kulturschutznetze, von denen ich euch erzähle. Also all die Sachen, die ich euch sowieso immer empfohlen habe, weil ich die super finde, kaufen wir ein und verkaufen die im Shop. Das ist gerade halt auch noch so ein riesen Anfangsinvestment, weil ich dieses riesige Lager füllen muss. Dann liegt da ein großer Warenwert, der sich natürlich noch nicht abverkauft hat. Es ist jetzt gerade zum ersten Mal so, dass ich auch ein bisschen mehr gucken muss, finanziell, was für Entscheidungen treffen wir in der Firma. Aber ich kann sehr, sehr gut davon leben, was ich mache, weil als ich angefangen habe mit meinem Blog damals noch, mit 18 bin ich schwanger geworden. Da war ich noch in der Schule, bin dann ausgezogen in so eine Einzimmerkellerwohnung mit dem Papa von meinem Sohn. Und wir haben halt aus den Mülltonnen gegessen, weil wir kein Geld hatten, uns Essen zu kaufen. Also aus Supermarkt-Mülltonnen. Wir waren ganz viel Containern und haben uns irgendwie so über Wasser gehalten. Jetzt so gut zu verdienen, ist für mich ehrlich gesagt auch irgendwie schwierig, weil ich habe lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich das verdient habe. Es ist so, dass ich jetzt einfach mich darüber freue, dass ich jetzt davon sehr gut leben kann. Es ist trotzdem immer noch komisch. Aber ich glaube, weil ich es halt so anders kenne. Einfach nur ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr mich und meine Projekte unterstützt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und wenn ihr weiterschauen wollt, dann findet ihr da drüben mein letztes Q&A, wo ich ganz viele Fragen rund um den Hof beantwortet habe. Und ansonsten geht raus, macht die Welt ein bisschen grüner. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Das nächste Video wird ein Hofvlog.